Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf Unser Licht weißt uns den Weg aus der Fährte voll Rauch Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf Unser Licht weißt uns den Weg aus der Fährte voll Rauch Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung mit Quantisana TV, ihrer Informationsplattform. Mein Name ist Nikolas Hippe, ich bin heute Ihr Moderator und unser heutiges Thema ist Kantor Holistic Touch. Da gab es schon mal eine Sendung drüber. Es geht um eine Heiltherapie-Methode, richtig? Und wir haben als Gast hier im Studio einen ganz, 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 ganz besonderen Menschen, und zwar Martin Strübin. Herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Wir hatten schon so eine gute Sendung, wo wir genau darüber geredet haben, über diese Methode, aber mehr über den Bereich der Ausbildung, wie man das selber erlernen kann. Heute widmen wir uns mehr dem Themenbereich, wo diese Therapie-Methode Anwendungsbereiche findet, für wen es geeignet ist. Können wir gleich mit der Frage starten? Fangen wir doch lieber nochmal mit dem Einspieler an, dass die Zuschauer einfach besser nochmal verstehen, um was es eigentlich geht. Wunderbar, so eine schöne Einleitung. Also, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es gibt für Sie einen schönen Einspieler, damit Sie auch nochmal in das Thema reingeführt werden, falls Sie die letzte Sendung nicht gesehen haben. Kanto Holistic Touch ist eine spirituelle Heilkunst. Der Behandler lernt, mit verschiedenen Hilfsmitteln ein Netzwerk von energetischen Torpunkten heilsam zu behandeln. Diese Punkte sind über den gesamten physischen Körper verteilt und haben jeweils spezifische physiologische und psychologische Wirkungen. Beim heilsamen Arbeiten wird er zudem intuitiv von seinem höheren Bewusstsein und von dem spirituellen Meister Kantor geführt. CAT kann bei allen Themen heilsam eingesetzt werden, ob bei körperlichen Leiden oder psychischen Problemen, ob zur Lösung von negativen Lebensumständen oder auch zur ganzheitlichen Bewusstseinserweiterung und zur Aktivierung von geistig-seelischen Fähigkeiten. CAT ist auch für Menschen, die vorher schon einiges ausprobiert haben, etwas ganz Besonderes. Es gab schon so einige Dinge, die mit mir gemacht wurden von Heilern, ich weiß nicht, wie man sie so nennen soll, aber Dinge, die wirklich auch Energie übertragen können. Aber das, was mit mir da passiert ist in der Form, hat mich sehr überrascht. Und ist jetzt schon, wenn ich so nach ein paar Stunden sagen darf, nachhaltig. Wer sich mit CAT behandeln lässt, erfährt eine ganzheitliche Befreiung auf liebevolle, aber direkte und konsequente Weise. Es fühlt sich oft an wie ein freies Schweben durch ein rein energetisches Universum. Manchmal kommt ein alter Schmerz nochmals hoch, um ihn bewusst loszulassen, doch meistens findet die ganzheitliche Befreiung sanft und friedlich statt. Ich habe also Gefühle gehabt, gar nicht mal so sehr Bilder, Gefühle gehabt, die hochkamen und die, als ich sie dann betrachtete, mir letztlich auch als Erleichterung erschienen. Kantor Holistic Touch ist eine fundierte Heilkunst, die von jedem Interessierten ohne Vorkenntnisse erlernbar ist. Jeder Mensch kann dadurch sich selbst und seine Mitmenschen effektiv heilsam unterstützen. Und letztlich geht es darum, geht es mir hinterher besser oder nicht? Oder greife ich hier irgendwie in Prozesse ein, wo man sagen kann, hast du dir das sozusagen im karmischen Prinzip überhaupt erlauben dürfen, das hier zu machen? Greifst du da in Prozesse ein? Schummelst du da nicht vielleicht? Also das habe ich während der Behandlung kurz mal hinterfragt und mit meinem Herzen abgeglichen und habe festgestellt, nein, das, was hier gerade mit dir passiert, ist so wunderbar. Lass es bitte geschehen. Und da bin ich sehr dankbar für. Wunderbar, jetzt sind wir wieder alle auf einem Wissenstand. Jetzt ist eine gute Einleitung gewesen. Gehen wir noch ein bisschen kurz auf das CHT ein. Das ist die schöne Abkürzung, dass wir die Sendung auch voll bekommen. Wie arbeitet man mit CHT? Also man arbeitet über spezielle energetische Punkte, die über den ganzen Körper verteilt sind. Und jeder von diesen Punkten hat halt seine Verbindung zu physiologischen Bereichen, Organen, Systemen, als auch emotionellen, mentalen, spirituellen und natürlich auch auf die Chakren, auf das Energiesystem. Und da arbeitet halt man mit Kantor, mit dem Erfinder dieser Technik, ist zwar ein nicht körperliches Wesen, aber ein wunderbarer Mensch, hätte ich jetzt fast gesagt, und eben seine Energie plus zusätzliche Werkzeuge, die man kriegt, die man dann eben über diese Punkte den Menschen übergibt, in sein System einfließen lässt. Und in welchem Bereich kann man jetzt sehr gut arbeiten, also wenn ich jetzt was für Beschwerden habe, oder wenn ich woran mich entwickeln will, wann gehe ich zu jemandem, der diese Therapiemethode beherrscht? Wir setzen es bei allem ein. Also wirklich ungelogen alles. Ob das jetzt einfach nur Lebensumstände sind, ich habe immer wieder Partnerprobleme, ich habe Minderwertigkeit, ich neige zu Melancholie bis zur Depression, habe Burnout. Schon einfach Lebensumstände, die einen leiden lassen und die man verändern möchte. Und dann natürlich klar, bei sämtlichen physiologischen Symptomen, bei sämtlichen psychologischen Symptomen, das heißt meine Frau, die ja die Technik bekommen hat und 30 Jahre lang die auch praktiziert und jetzt auch international lehrt und weitergibt seit fast zwei Jahrzehnten, die hat so viel Erfahrung gemacht, eben gerade mit austherapierten Menschen, das war auch gerade in den 80er Jahren, ich meine, das war noch, da gab es noch keine Esoterik-Szene, das war alles noch sehr, ja, diffus, es gab keinen Markt jetzt in der Form dafür und das, was sie gemacht hat, hat sich halt von Mund zu Ohr weitergereicht, weil einfach Menschen zu ihr gegangen sind, die austherapiert waren, die keine anderen Anlaufstellen hatten, die aber nicht bereit waren aufzugeben und so bei meiner Frau gelandet sind und die haben das natürlich weitererzählt, was die Erfolge waren. Also es geht wirklich querbeet. Gerade in der heutigen Zeit gibt es auch viele Kinder, Kinder, das Thema Kinder ist halt sehr vordergründig, weil die heutigen Kinder immer mehr Probleme haben, ob das jetzt Allergien sind oder ob das jetzt so Klassifikationen sind wie ADHS, also Hyperaktivität mit Aufmerksamkeitsdefizit, das geht bis in Autistische, weil auch Autismus immer mehr zunimmt, also solche Kinderbereiche sind sehr stark vertreten natürlich, aber auch Jungerwachsene, es gibt so viele Jungerwachsene, die nicht klarkommen in unserer heutigen Gesellschaft, weil sie einfach ein ganz anderes Bewusstsein haben, aber dieses Bewusstsein nie wirklich stabilisiert wurde, die unter Psychopharmaka stehen, es ist der Wahnsinn. In der Schule auch schön unterdrückt, weil es sind ja nicht die Mathe oder Deutsch, was man benotet bekommt, ja klar, also es wird nicht auf die Menschen eingegangen oder gerade auf das Bewusstsein der heutigen Menschen oder Jugendlichen oder Jungerwachsenen, die dann eben auch mit Psychopharmakas natürlich dann einfach nur vom Psychiater bekommen oder von ihrem Nervenarzt, die dann einfach wirklich Hilfe suchen, weil die auch ganzheitlich orientiert sind, aber auch bei wirklich, also die Symptome spielen auch in der Form gar nicht so eine Rolle, weil alles psychosomatisch ist. Das Schöne bei CAT ist, wir gehen immer auf die Ursache. Das heißt, es wird nicht wirklich vordergründig, natürlich wird es berücksichtigt, aber es wird nicht als das wichtige Problem angeschaut, wie es eben für den Klienten halt ist, der kommt, ich habe da und da die Schwierigkeiten, sondern man taucht bei CAT immer in die Tiefe und arbeitet im Unterbewusstsein, aber auch mit dem Überbewusstsein des Menschen und kann da einfach die Ursachen erkennen, man nimmt sie wahr, man nimmt sie zum Teil visuell wahr, man weiß sie einfach oder fühlt sie und kann dann mit den entsprechenden Hilfsmitteln den Klienten unterstützen, dass sich das einfach ausgleicht, dass er eben aus dem Leiden rauskommt, aber dass er auch gleichzeitig eine Wachstumserfahrung macht. Es ist ganz wichtig auch zu erkennen, dass jede Krankheit und jedes Leid immer einen Wachstumsprozess initiiert. Es ist nicht von ungefähr, es ist auch kein Zufall. Absolut nicht. Und wenn man das erkennt, genau diesen Satz, den du gerade gesagt hast, das war für mich so spannend, weil früher, wenn man gelitten hat, besonders als Kind, als Jugendlicher, es war Weltuntergangsstimmung und in dem Moment, wo ich für mich erkannt habe, wow, nach jedem Mal, wo es mir richtig dreckig ging, habe ich danach mich entwickeln können, einen wahnsinnigen Wachstumsschub machen dürfen, habe ich irgendwann das auch geschafft, im Leiden drin zu sehen, wow, danke, dass ich gerade eben diese Schwierigkeit, diese Herausforderung bekomme, damit ich jetzt wieder wachsen darf. Es gibt wieder Entwicklung. Manchmal war mir dann so, wenn es so ein bisschen der Alltag einen Tag Einlass gehalten hat, war es immer so, dass ich dann gedacht habe, hey, irgendwie passiert ja nicht mehr viel. Und wenn es mir wieder schlecht ging, habe ich mir gedacht, wow, cool, jetzt gibt es wieder was. Jetzt gibt es wieder einen Schub. Weil wir nicht uns auf den eigentlichen Prozess einlassen. Wir können auch in Freude und in Liebe wachsen, aber heutzutage wird einfach das Leid noch, aufgrund des Bewusstseinslevels, der einfach im Kollektiv, in der Masse noch vorhanden ist, halt relativ tief oder unbewusst, wird das Leid gebraucht als Motivationsfaktor, damit die Menschen wirklich aufstehen, von ihrer Bequemlichkeits- und Komfortzone verlassen und sich wirklich auf den Weg machen, sich weiterzuentwickeln. Weil das ist jetzt die Zeit. Das ist eine Bewusstseinsentwicklung, steht auch bei allem, was wir tun dahinter, aber bei CAT natürlich genauso. Es geht eigentlich um Bewusstseinsentwicklung. Und wenn das Bewusstsein die Entwicklung gemacht hat, was die Krankheit letztlich nur symbolisiert hat, als Ausdruck des, hey, du verweigerst dich, deinen Weg zu gehen und dich zu entwickeln, dann ist natürlich das Symptom nicht mehr nötig. Aber eben, es ist auch wichtig, und es wird nicht einfach nur weggeheilt und der Mensch lebt weiter wie bisher, sondern es wird dem Menschen ermöglicht, die Bewusstseinsveränderung zu durchlaufen. Das Symptom löst sich dabei auf. Und er ist wirklich dann der Veränderte. Das heißt, es ist auch der Zweck des Leidens, wurde berücksichtigt. Weil sonst würden wir ihm die Wachstumsgelegenheit wegnehmen, wenn wir einfach den Befreien von seinem Leid, und sagen, jetzt kann ich weitermachen wie bisher. Und dann lernt er ja nichts. Und dann würde ich als Therapeut mir Schuld aufladen. Und er natürlich hätte eine verpasste Wachstumschance, die er dann später wieder machen muss. Oft dann durch eine noch schwierigere Situation, noch heftigeres Leiden, noch extremere Lebensumstände oder Krankheitssymptome. Weil er es mit eigener Kraft nicht bewältigt hat, sondern weil er drübergehoben wurde. Ja, er wurde gar nicht drübergehoben, es wurde ihm weggenommen. Ja. Also das Drüberheben, das ist auch nicht der Fall, sondern es wird einfach, okay, der Druck wird dir abgenommen. Dabei ist Druck ja ganz wichtig für uns, um uns zu bewegen. Wir brauchen einen gewissen Druck. Und wenn wir diesen Druck oder diese Energie, reden wir von einer Energieintensität, wenn wir die nicht selber freisetzen, dann kommt halt unsere Seele oder unser höheres Bewusstsein über das Leben und fängt uns an zu stoßen, zu schubsen, am Anfang liebevoll und dann halt immer heftiger. Und mit CAT kann man eben, da übertritt man auch keine Grenze des, habe ich jetzt zu viel gemacht? Eben habe ich ihm jetzt eigentlich eine Wachstumschance weggenommen oder habe ich aus dem Ego heraus, weil ich der große, tolle Heiler sein will und Erfolg haben will, um eben dann mein Publikum oder meine Fans zu haben? Und das geht bei CAT alles gar nicht. Das geht nicht. Es wird immer von Kantor überwachen, das ist ein aufgestiegene Meister oder eine geistige Wesenheit, die im absoluten göttlichen Sein sich befindet und wirklich dem Leben und dem Göttlichen verpflichtet ist und natürlich auch dem Wachstum des Menschen. Wir sind ja auch göttliche Wesen. Aber wir können uns ja gerne noch ein paar Feedbacks oder Berichte von Anwendern, von Therapeuten anschauen. Auf jeden Fall. Also hier gibt es noch einen kleinen Einblender, noch eine kleine Information wirklich von Menschen, die behandelt wurden mit dieser Methode, mit dieser wunderbaren Methode oder auch sogar selber schon die Ausbildung gemacht haben. Was ist das Schönste, wenn sehr skeptische Menschen das erste Mal eine Behandlung bekommen haben? Die sind erst mal, die sind hinterher hin und weg. Die schweben, das ist so das, was ich oft höre, die schweben auf der Liege, die verlieren das Gefühl für Zeit und Raum, die verlieren die Schwere, die sich sonst in sich spüren, völlig. Die ermöglichen das Gefühl, die schweben da. Ich bin Internist und arbeite als Hausarzt. Und seitdem ich CRT kenne, hat sich für mich der Horizont der therapeutischen Möglichkeiten noch mal deutlich erweitert. Im Vergleich mit der Schulmedizin komme ich hier bei vielen Erkrankungen oder Leidenssymptomen der Leute viel näher oder schneller zum Kern der Sache und zur Behandlung kann den Leuten aus meiner Sicht besser helfen, ohne Chemie einsetzen zu müssen oder die Leute auf eine Odyssee der Diagnostik schicken zu müssen. Die Klienzen sind ganz begeistert von dieser Heilmassage. Ich behandle ja nicht selber. Ich schicke sie ja zu meiner Frau, also zu Anke, wenn ich es mache. Ich arbeite mit Kanter, der kommt dann immer wieder, gibt mir Tipps und Hilfen dabei. CHT ist eine umfassende Behandlung und in dem Sinn auch für alle Krankheitsbilder, die halt in meiner Praxis vorkommen, einsatzfähig. Und ich kann eigentlich alles damit behandeln. Die ganzen Krankheiten ja im Endeffekt psychische oder psychosomatische Ursachen haben und mit der Schulmedizin sehr enge Grenzen gesetzt sind. Und damit gebe ich mich jetzt einfach nicht mehr zufrieden. Ich möchte mehr bewirken. Ich hatte einen schweren Autounfall 2002, galt als schulmedizinisch austherapiert, konnte damals den Kopf noch drei Zentimeter bewegen, hatte die Diagnose ja damit abfinden, allenfalls den Rest vom Leben im Rollstuhl verbringen und habe mich dann kurzfristig entschlossen, die 500 Kilometer zu fahren zur Christine, zur Behandlung. Und es war im Dezember, es war kalt, hat geschneit. Und sie hat mir den Hals-Nacken-Bereich behandelt. Nach der Behandlung, als sie die Hände weggenommen hat, war der Kopf wieder frei beweglich. Also ein super Erlebnis. Hatte aber im behandelnden Bereich einen ausgewachsenen Sonnenbrand, trotz Kälte und Schnee. Und das hat mich dann überzeugt. Ich habe vorher nie etwas auf Energiearbeit gegeben. Und sie hat mich dann auch überzeugt, dass ich das auch selber anwenden kann. Nicht mit meiner Energie, sondern mit der universellen Energie. Mit Kantor-Energie. Und es macht sehr viel Spaß auch. Es ist jetzt sehr oft in diesem Video auch das Wort gefallen, wo man mit anderen medizinischen Methoden an seine Grenzen stößt. Es ist ja auch, wenn man das mal ganz logisch betrachtet, das ist mir einfach gerade auch so ein bisschen gekommen, wenn wir einfach nur die Symptome immer nur weg machen. Ich habe Kopfschmerzen, also nehme ich Aspirin, was weiß ich was. Dann nimmt man ja auch einfach die Schwelle weg, aber man löst das Problem nicht. Überhaupt nicht. Und es gibt schon, wir haben ja auch mal ein Thema gehabt, die monoatomischen Elemente. Es gibt schon auch sinnvolle Sachen, die man seinem Körper von außen zuführen kann. Aber die absolute, wenn man es ganz ehrlich nimmt, die absolute Ursache ist immer im Geist, ist immer im Denken drinnen. Und der Körper ist ja nur der Spiegel, wenn ich da richtig liege, oder? Ja, es ist nicht vordergründig im Denken. Das Denken ist auch wieder nur ein Werkzeug. Auf der Ebene des Denkens erscheinen dann letztlich diese Ursachen. Aber es ist im Unterbewusstsein, das hat zu tun mit unserer Prägung. Das heißt, Zeugung, Schwangerschaft, Geburt und die ersten sechs Lebensjahre, die formen unsere Persönlichkeit für dieses Leben. Dazu kommt noch ein Rucksack, den wir aus früheren Leben mitbringen, oder karmische Bezüge. Das gibt dann so ein Sammelsumrium. Aber es ist richtig, es ist halt auf einer sehr tiefen Ebene. Man kann es ein bisschen vergleichen mit der Programmierungsebene beim Computer. Alle verwenden Computer, sind als User einfach an den Bedienen, die die Programme. Aber sie könnten jetzt nie sagen, warum funktioniert das Programm, oder wie funktioniert der Computer. Und was wir halt mit CAT machen, wir gehen halt auf diese Basic-Ebene und können da Veränderungen regeln, wir können die Programme verändern. Wir können aber die Grundstruktur natürlich des menschlichen Seins dahingehend einfach optimieren. Aber wie gesagt, es ist nie manipulativ im Sinne dessen, dass ich jetzt mein Ego-Wunsch diesem Klienten eingebe, sondern es ist immer für den Klienten, zum Wohle des Klienten und insbesondere auch für sein Wachstum und seine Entwicklung. Weil letztlich alles, was wir hier auf der Erde erleben, diese Erfahrung machen, wie als Seelen. Weil wir Seelen reifen wollen. Und wir tauchen halt ein in dieses wunderbare multidimensionale Kino, genannt Planet Erde. Und jeder ist in seiner eigenen Welt, in seinem eigenen Film. Und man muss natürlich dann die Menschen auch dahingehend abholen, wo sie stehen, auf ihre Thematik einzugehen. Die Schulmedizin schubladisiert halt. Aha, du hast die und die Symptome, das ist die und die Krankheit, wird mit der und der Behandlung gemacht. Und das ist natürlich völlig falsch, weil die Einzigartigkeit jedes Menschen, Symptome ist auch nicht gleich wie Krankheit. Das heißt, nur wenn man gewisse Erscheinungen hat im Körper, heißt das noch lange nicht, dass es diese Krankheit ist. Auch wenn die Erfahrung empirisch wird sagt, ja in 70% der Fälle oder 80% der Fälle ist tatsächlich das der Grund. Aber auch der physiologische Grund ist wiederum nur eine Widerspiegelung eines psychischen oder eines seelischen Problems. Also wir müssen immer in die Tiefe abtauchen. Auch wenn ich natürlich sage, ja ich habe Mangelerscheinungen in meinem Körper, deshalb habe ich gewisse Symptome. Klar, dann kann ich mir Vitamine zuführen, Spurenanlemente, was auch immer, oder gewisse Dinge weglassen, gewisse Gifte weglassen. Aber dahinter steht ja schon wieder das Thema, warum habe ich überhaupt diesen Mangel? Oder warum vergifte ich mich überhaupt? Also man muss immer Ebenen tiefer, 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 tiefer gehen, und das machen wir halt bei CAT. Und das Schöne ist, dass jede Behandlung zwar schon seine Struktur besitzt, aber jedes Mal völlig individuell abläuft. Wie läuft dann so eine Behandlung ab? Also zuerst mal ein Vorgespräch, das ist klar, das ist ganz normal, dass man einfach den Klienten, wenn man den noch nie gesehen hat, zuerst mal über seine Geschichte auch erzählen lässt. Das ist auch wichtig, den Klienten erzählen zu lassen, nicht ihm zu sagen, was ihm fehlt, sondern ihn sprechen zu lassen. Die Krönung ist immer bei den Sitzungen natürlich, dass der Klient selber die Erkenntnisse hat, dass sie aus ihm kommen. Das heißt, mit richtigen Fragestellungen wird da natürlich schon mal ein gewisser Weg dirigiert. Und in der Behandlung selber, es beginnt halt damit, dass ich mich auf den Klienten einstimme. Der Klient hat die Aufgabe, dass er sein System öffnet, das ist relativ einfach, dass einfach die Energie gut fließt, die freigesetzt wird, dass es nirgendwo hängen bleibt oder Rückkopplungen gibt. Und dann schaue ich einfach oder gehe in den Klienten rein, fühle ihn ein und nehme einfach mal wahr, was ist jetzt, was zeigt sich mir jetzt. Dazu kommt, dass ich in Verbindung bin eben über Kantor, was dann mit einer gewissen Praxis sogar wirklich zu ganz konkreten telepathischen Kommunikation führt. Das heißt, dass ich mit Kantor rede, er mit mir spricht, mir schon Hinweise gibt, was für Themen das dieser Klient jetzt hat, unabhängig davon, was der Klient mir erzählt, wo die entstanden sind, wie wir die bearbeiten und wirklich dann einfach durchgehen. Und am Anfang ist es halt mehr so ein Lernen, wie läuft das System und ein Fühlen, wo führt es mich hin. Und man hat einfach wirklich wie ein Werkzeugkoffer zur Hand und jeder Punkt, das kann sogar bei einem Punkt, wenn ich einen Punkt aktiviere, kann sich das sogar innerhalb dieser Aktivierung verändern, dass ich von einer Farbe plötzlich ein Element dazu bekomme oder eine bestimmte Eigenschaft wie ich bin Frieden oder ich bin Selbstliebe. Dann haben wir noch eine Zusatztechnik, die nennt sich die Pattern-Methode, die kann ich dann auch noch anwenden. Also es ist ein sehr dynamisches, immer sehr lebendiges, einzigartiges Geschehen, was in so einer Behandlung läuft. Und immer ganz individuell wirklich auf den Patienten angepasst. Sehr, sehr. Das ist auch das Wichtige. Also alles, was wir schubladisierend verwenden, wird dem Menschen nicht gerecht und der Vielfalt des Lebens und der Individualität ist. Das ist ein Kompromiss einfach. Es geht schneller oft. Nein, es geht nicht schneller. Die Diagnose geht vielleicht schneller, die Pillen sind schneller über den Tisch gewandert oder die Maßnahme wird schneller verkauft, aber die Heilung wird nicht wirklich vollzogen. Kann nicht vollzogen werden. Ich würde gerne nochmal auf ein paar Erfahrungsberichte eingehen, dadurch, dass das einfach auch sehr ausschlaggebend ist, was die Menschen, die das erlebt haben, wirklich selber gesehen haben. Hier also noch eine Einspielung von Menschen, die in der Situation waren, die Therapie gemacht haben oder auch die Ausbildung gemacht haben und jetzt selber berichten dürfen. Jede Behandlung ist für mich auch eine ganz neue Erlebnisform wiederum der Behandlung. Bei jedem Patienten, der zu mir kommt, ist auch die Behandlung immer unterschiedlich. Also ich habe vor allem Menschen, die im emotionalen Bereich Probleme haben und sie kommen zu mir, um daran zu arbeiten und die Veränderungen sehen sie dann im Alltag und es ist sehr schön zu sehen, wie sie dann plötzlich merken, dass sie in bestimmten Situationen anders fühlen oder anders agieren können und ihr Selbstwert gesteigert wird und sie einfach sich verändern zum Positiven. Man drückt die Punkte, man drückt wie einen Schalter, man macht einen Schalter an und lässt dann den Dingen seinen Lauf und hilft dann dem Patienten weiter und so können Blockaden sehr gut gelöst werden. Blockaden, die vorher eben nicht gelöst werden konnten, weil keine andere Methode gegriffen hat. Es ist sehr intensiv, man spürt natürlich sehr viel Freude in dem Sinne auch. Es macht natürlich auch Freude, andere unterstützen zu können. Man spürt die Energien, man spürt, welche Punkte man behandeln soll, welche Bahnen man behandeln soll, wo Ursachen liegen und dann natürlich auch den Kunden darauf zu führen, dass er selber darauf kommt, wo die Ursache liegt. Weil das ist ein ganz anderes Verhalten vom Kunden her, als wenn ich ihm sage, die Ursache liegt da und da, dann sagt er, ja gut, das Fachmann wird schon stimmen. Wenn er selber drauf kommt, hat er ein ganz anderes Erlebnis. Die wirklich Bleibenden, also es ist was, was bleibt und das nehmen die Leute mit aus jeder Behandlung. Das geht ja immer weiter, je mehr Behandlungen gemacht werden und die Prozesse, die sich in den Menschen dann tun, das berichten die mir hinterher am Telefon. Und sehr skeptische Menschen rufen dann plötzlich nach einer Woche, zwei, drei Wochen an, du Sascha, das hat ja wirklich was gemacht mit mir. Und ich sage, ja, es funktioniert tatsächlich. Und das macht mir dann auch wieder sehr große Freude, das dann zu hören. Ja, aber man muss das nicht mal dann hören, man sieht das einfach an den Menschen, wie sich die Gesichtszüge verändern. Ja, ich habe mir angewöhnt, aufgrund von den Erfahrungen der Klienten, das Wort nicht oder unmöglich gibt es nicht. Also man setzt sich immer nur selber Grenzen, was möglich ist. Wenn man sich keine Grenzen setzt, dann ist alles möglich. Und da kann ich aus gutem Gewissen sagen, es ist so. Und ja, es überrascht mich heute nichts mehr, was passieren kann, was abläuft. Das waren jetzt natürlich nur ein paar Berichte. Ich habe gerade gehört, dass es auch noch viel, viel mehr Berichte auch im Internet unter kantorholistiktouch.de gibt, wo man sich auch noch viel, viel mehr anschauen oder durchlesen kann, ist das richtig? Durchlesen, ja. Jetzt habe ich noch die Frage, wie ist es, wirkt es sofort oder wie schnell wirkt es, wenn man jetzt so eine Therapie macht und auch wie nachhaltig ist die Wirkung? Also es wirkt immer sofort, abgesehen davon, alles wirkt immer sofort. Die Frage ist nur, wie tief, wie weit, wie nimmt man es wahr, wie stark ist diese Einwirkung für eine wirklich deutliche Veränderung? Das ist natürlich immer unterschiedlich. Aber wir haben die Erfahrung zum Teil auch gerade bei psychischen Problemen. Menschen kommen, Klienten, die jahrelang in der Psychotherapie waren und innerhalb von wirklich wenigen Sitzungen, eins, zwei, drei, völlig frei sind von ihren Problemen. Auch physiologisch dauert es in der Regel ein bisschen länger, je nachdem, weil der physische Körper auch eine gewisse Zeit braucht. Aber auch da sind spontan Reaktionen möglich. Also wie es jetzt auch der eine gesagt hat, mit seinem Halswirbel, der eigentlich im Rollstuhl von der Schulmedizin im Rollstuhl gelandet wäre, der hat in einer Sitzung, war das alles frei und klar und muss nicht operieren und da war beschwerdefrei und es ist alles möglich und es ist nachhaltig. Wir können natürlich keine Heilversprechen geben. Nein, 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 das ist auch unverantwortlich, weil man muss immer dem Menschen seine Verantwortung geben. Also heutzutage, wir sind halt gewohnt, dass wir unsere Verantwortung überall abgeben. Der Arzt macht mich gesund. Arzt, Politiker, Eltern, Lehrer, Partner, wer auch immer. Ja, wir geben die Verantwortung laufend ab. Jetzt müssen wir lernen, wieder in die Selbstverantwortung zu kommen, wenn wir wirklich unser Leben meistern wollen und verändern wollen. Das geht gar nicht anders. Wir müssen die Antwort aus uns heraus geben. Und bei CAT ist natürlich diese Nachhaltigkeit wirklich auch gewährleistet, weil wenn der Klient wirklich mitmacht, eben wie gesagt, das geschieht nicht, wenn er nicht dabei ist. Natürlich kann man ihm helfen, Linderung geben. Man kann auch nicht alles heilen, das ist klar. Manchmal kann man nur begleiten, gerade bei ganz schweren Krebserkrankungen und so weiter, dass einfach der Übergang, was wir Tod nennen, sanfter ist, das Loslassen friedlich ist, der Mensch wirklich in Freude gehen kann. Das kann auch passieren. Aber es ist wirklich nachhaltig, es bleibt. Und ich meine, es ist auch ein Trugschluss, aber dennoch zu glauben, wenn wir ein Thema gelöst haben, dann ist es für alle Zeit und Ewigkeiten. Es hat Schichten, wir Menschen sind ja auch mit Schichten wie Zwiebeln aufgebaut, sage ich jetzt einmal, und es geht immer tiefer, es geht immer weiter, es geht immer höher. Das heißt, die Entwicklung selber hört ja nie auf. Richtig, richtig. Solange wir noch hier inkarniert sind, wird es Entwicklung geben. Aber das Thema, das, was gelöst wird mit CAT, ist nachhaltig und ist gelöst. Wunderbar, ich bedanke mich vielmals. Unsere Zeit ist leider schon wieder rum. Eigentlich sollte man eine Stunde machen. Ja, eine Stunde. Aber vielen, vielen Dank für die Informationen. Ich hoffe, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass es Ihnen genauso viel gebracht hat, dass Sie auch Ihr Wissen erweitern durften. Und wenn Sie natürlich noch mehr Informationen brauchen, auch vielleicht, wo ist der nächste Therapeut in meiner Nähe, Sie können das natürlich alles auf der Website von euch nachschauen, unter kantorholistiktouch.de. Genau, wir haben eine Therapeutenliste, sortiert nach Ländern und Postleitzahl. Super. Und wenn man jetzt kein Internet hat, kann man natürlich sonst auch anrufen bei euch auf dem Telefon. Und dann könnt ihr auch sagen, wer der Therapeut in der Nähe ist. Ja, natürlich. Dann bedanke ich mich vielmals für dein Kommen, Martin. Und wir sehen uns, denke ich, das nächste Mal in der nächsten Sendung, wenn es wieder um Gesundheit in Quantisana TV geht. Auf Wiedersehen. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weißt uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weißt uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Untertitelung des ZDF, 2020